So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Montag, den 13. November 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen auf die Rallye, die wir zu sehen bekommen haben an der Wall Street vergangene Woche am Freitag. Überraschend, ich möchte ganz ehrlich sagen, für mich auf jeden Fall überraschend, hätte nicht damit gerechnet, dass wir solche Rallye zu sehen bekommen. Hatte durchaus ja auch eigentlich diesbezüglich zumindest mal für den Handelsverlauf von Montag bis Donnerstag eine entsprechende Einschätzung, mit der ich ganz gut lag. Ein ruhiges Treiben, nachdem wir in den Monatsschluss hinein Abschläge zu sehen bekommen haben an der Wall Street, in Equities generell und dann ein Reversal in der Woche drauf. Dann entsprechend eben eine Konsolidierung, um diesen volatilen, aber auch über den dann auf der Oberseite anmutenden Modus seitwärts abzutragen und dann eben neue Impulse zu erhalten. Mit den Inflationszahlen, die uns morgen wiederum hier am 14. November dann entsprechend geliefert werden. So, und jetzt nehmen wir eventuell schon bereits vorweg, dass die Inflation unter der Erwartung reinkommt und dann morgen die Überraschung, dann kommen sie doch über der Erwartung rein. Nun, wir werden gemeinsam einen Blick drauf werfen und vor allem auch, was wir für den heutigen Handelstag erwarten können, bevor wir allerdings mit den Details beginnen. Zunächst der Blick auf den Risikoinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellen wir bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lassen ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com.de, koste uns eine Demo herunter, teste einen Risikofreien, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Contour zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständig Risikoinweis auf xdb.com.de. Auch gerne die Möglichkeit nutzen, den Kundensupport von xdb im Berliner Büro zu kontaktieren. Dazu gleich die Kontaktdetails, bevor wir dazu kommen, in eigener Sache. Der Hinweis, dass bitte nichts in den Folgenminuten als Anlageempfehlung missverstanden werden darf. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Alle Fragen könnt ihr gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion stellen, die ich auch gerne beantworte. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Dann die Kontaktdetails, die ich gerade versprochen habe. Telefon und E-Mail-Adresse. xdb kurz als Broker vorgestellt. Bester CFD-Broker des Jahres 2023. Ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, hier einmal aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation. Und genau in diese wollen wir uns jetzt einen Blick gönnen. Und einen Blick gönnen hier an dieser Stelle auf den DAX. Wir wollen auch heute wieder die Möglichkeit nutzen, einfach übergeordnete Einschätzungen zu geben. Wo stehen wir aktuell? Denn wirklich spektakulär ist es nicht. Wir haben einen dünnen Wirtschaftslagenkalender. Heute auf jeden Fall. Morgen, wie gesagt, Inflationszahlen. Kurzer Blick hier auf den Kalender. Den habe ich hier schon mal hochgemacht oder aufgemacht. Heute ganz, ganz dünn. Da kommt nicht wirklich was rum. Auch Earningstechnisch beispielsweise, werden wir gleich sehen. Aber morgen dann eben entsprechend die Inflationszahlen, denen wir uns all detail widmen wollen. Bevor wir uns denen widmen, allerdings wollen wir zunächst den Blick, wie gesagt, auf den Run von Freitag werfen. Und vor allem auch einmal herausstellen, dass der DAX weiter relativ schwach bleibt, meiner Einschätzung nach. Wir haben, anders als eben im S&P oder im Nasdaq, wie wir gleich sehen werden, keine Attacke auf die Oktoberhofs bis dato zu sehen bekommen. Die verlaufen hier in diesen Gefilden ungefähr, hier in der Future-Indikation um 15.650, 15.700 Punkte. Also da oben diese blaufarbene Linie ist es ungefähr. Und wir verharren weiter im Bereich um und unterhalb der Region, die dann die Initialzündung hier in den Monatsschluss in den Oktober hinein abwärts auf den Weg gebracht hat. Und ich hatte es gerade schon gegenüber den Kunden von XDB im Live-Event hier gesagt, was ich gerne sehen möchte, um im DAX mich long zu positionieren, um einen Long-Bias auch für den heutigen Handelstag zu sehen zu bekommen. Und es sieht ja nachher aus, als wenn es eher ein shoppiges, seitwärts getriebenes Umfeld ist, dem wir uns gegenüber sehen und auch frische Impulse. Vielleicht heute dann auch durch die US-Märkte geliefert, aber dann allerspätestens wahrscheinlich morgen mit den Inflationszahlen wiederfinden, dass es eher shoppy seitwärts geht. Was ich sehen möchte, ist einfach, dass wir nach Möglichkeit sogar über die Hochs gehen, aus der vergangenen Woche in dem Fall, verlaufend ungefähr um 15.420 Punkte, dass wir oberhalb konsolidieren, dass wir oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis halten. Dann wäre ich willens, die Long-Seite zu traden. Unterhalb denke ich, dass wir zwar insgesamt einen Long-Bias haben und das begrenzt das Abwärtspotenzial, aber dass wir eben auch dann eher shoppy seitwärts uns wiederfinden und eben weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite groß performen, sondern dass wir einfach seitwärts pendeln. Und demnach bleibt der DAX da sehr, sehr unattraktiv. Aktuell trading-technisch. Das sieht im S&P, beziehungsweise im Nasdaq sieht das anders aus, wesentlich optimistischer aus. Und man könnte vielleicht sagen, also vielleicht haben wir sogar das Potenzial hier auf der Oberseite, noch ein bisschen Meter zu machen. 4.450 im S&P scheint durchaus in der Indikation hier, in der Feature-Indikation hier, eine entsprechende anzuvisierende Zielregion. Vielleicht in die Inflation hinein, nehmen wir es vorweg, dann kommt es darauf an, wie viel ist eingepreist, sollte die Inflation wirklich kühler als erwartet reinkommen. Aktuell haben wir noch keinen Konsens, das kann man hier erkennen. Und das ist auch nicht nur hier in der Handelsplattform, ist das von der Exation erkennbar, sondern darüber hinaus wird man auch über Trading Economics nicht sehen. Die Tendenz geht Trading Economics Richtung 3,3%, also 3,4, 3,5% vielleicht, das wäre schon heiß im Vergleich zur Relation, aber deutlich wiederum unterhalb der 3,7% des Vormonats an dieser Stelle. Also wir sind gespannt, in welche Richtung die Inflation veröffentlicht wird morgen. Wie gesagt, es könnte sein, dass wir einen leichten Run höher zu sehen bekommen, nach dieser Bullishness hier am Freitag. Nicht nur im S&P, sondern eben auch im Nasdaq 100, aber dass wir eben nochmal ein bisschen auf der Oberseite performen. Die Statistik jedenfalls, die spricht für uns. Ich habe hier mal eine Grafik vorbereitet von Ryan Detrick. An der Stelle, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann, wenn mein Kopf davor ist, aber also wir haben hier die Ausarbeitung nach dem Day of the Week, und zwar die Performance im Jahr 2023, die wir gesehen haben, annualisiert die Rendite für den S&P 500. Und wir sehen hier, also da, wo die 72,7 steht, das steht Montag noch unter. Das ist Montag, das ist der stärkste Tag des Jahres 2023 bis jetzt gewesen. Also Montag, 72,7% hat der S&P hier in Return gesehen, folgend auf einen ebenfalls starken Freitag. Also das heißt, es hat über das gesamte Jahr bis dahin auf einen starken Freitag, was wir auch haben sehen können, dann auch einen entsprechenden Follow-Through am Montag gegeben. Das wurde dann abgetragen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir uns dann leicht gefangen an dieser Stelle, aber summa summarum, auf jeden Fall, ist Montag rein statistisch weiter stark am Tag. Also das heißt, wer jetzt dem Gedanken unterliegt, zu sagen, naja, nach solch einem Lauf in die Inflation hinein, eher eine Korrekturbewegung, der sollte sich vorsehen, bezogen, wie gesagt, erstmal auf den S&P 500, er sollte sich ein bisschen vorsehen, denn die Zahlen, die sprechen eher dafür, dass wir dieses Momentum auf der Oberseite noch weiter fortschreiben. Und ausgehend hiervon, es ist die Long-Seite zu favorisieren, mal gucken, ob wir die hochs rausnehmen von letzter Woche Freitag. Wie gesagt, der Lauf, der kam für mich auch sehr, sehr überraschend. Erstmal das Konsolidieren über die letzten Tage, das war nicht überraschend, das konnte erwartet werden, dass wir dann solch einen bullischen Lauf in den Wochenschluss zu sehen bekommen, das ist definitiv erwähnenswert. So, und jetzt müssen wir einfach schauen, sind wir in der Lage, diese Aufschläge zu halten, sind wir dann auch in der Lage, über die Hochs zu brechen. Wie gesagt, der DAX, die europäischen Indizes sehen wir es ja aktuell, choppy seitwärts, nicht groß impulsliefernd an dieser Stelle, also das bedeutet, die US-Märkte müssen dann eben zeigen, die Bullen an der Stelle, dass sie in der Lage sind, diese Hochs rauszunehmen. Sind sie in der Lage, die Hochs rauszunehmen, wäre nicht auszuschließen, dass wir nochmal Roundabout, ein Prozent auf der Oberseite vielleicht draufpacken, Richtung 4,450 uns entsprechend bewegen, beziehungsweise im Falle des Nasdaq auf der Oberseite dann uns aufmachen in Richtung ungefähr hier dieser Septemberhochs verlaufend Roundabout um 15.700 Punkte, dass wir diese Region eventuell anlaufen und dann, ja, dann harren wir den Gegner gekommen. Dann schauen wir, wie morgen die Inflation entsprechend eben veröffentlicht wird. Einmal noch ganz kurz an dieser Stelle, der Verweis, wir hatten jetzt den Earnings-Kalender noch nicht betrachtet gehabt, da sieht es auch erstmal dünn aus, also sieht dünn aus in Anführungsstrichen, der ist natürlich packed, aber das sind keine marktbewegenden News-Events, die wir jetzt hier zu sehen bekommen oder Earnings, die wir zu sehen bekommen. Da sind die Einzelhändler diese Woche, das wird auch nochmal vielleicht ganz interessant zu sehen sein, wie diese mit dem aktuellen Umfeld umgehen, hochinflationär, beziehungsweise auch durch die Veränderung des Konsumverhaltens seitens der Konsumenten, der Endverbraucher. Besonders Target in dem Zusammenhang mit Fokus auf die 100-Dollar-Marke eventuell ganz interessant, aber schauen wir mal. Also Target, Walmart, das wird uns die nächsten Tage mit Sicherheit auch verfolgen. Vorausschauend auf, darauf können wir uns schon mal darauf vorbereiten, Hauptfokus unsererseits sollte aber erstmal liegen, wie gesagt, auf den Inflationszahlen morgen und erwartend einen verhältnismäßig ruhigen Wochenstart. Ganz kurz vielleicht noch abschließend ein kurzer Blick auf Gold. Ich hatte für Gold ja grundsätzlich eher eine Stabilisierung gegen die 9,45, 9,50er-Region hier zum Thema gemacht, habe aber auch gesagt, ich möchte noch nicht long sein. Ich möchte dann auf einen Impuls warten, bin dann sehr überrascht worden von dieser Performance, die wir hier in den Wochenschluss zu sehen bekommen haben, in Gold. Auch vor dem Hintergrund, dass man ja sagen kann, na gut, also hochinflationär, Umfeld kommt zurück, eher erwartet man also eine geldpolitisch vielleicht dann früher, als erwartet doch lockere Haltung seitens der US-Notenbank, was ja wiederum eher positiv für Gold wäre. Und ausgehend hiervon überrascht diese Performance dann schon, weil das passt nicht zusammen mit dem, was wir in Equity sehen. Also wenn wir uns diese Argumentation bedienen, um den Run höher in Aktien, in Aktienindizes, im S&P, im Nasdaq, in Tech-Titeln und dergleichen zu sehen, dann müsste sich das eigentlich auch in einer eher positiven, in einer positiven Entwicklung in Gold widerspiegeln. Das tut es nicht. Das ist durchaus also etwas, was hier so ein bisschen Sorgen vielleicht nach sich zieht. Wir haben jetzt also nochmal eine Beschleunigung auf der Unterseite hier, außerhalb dieses Abwärtstrendskanals gesehen. Ich würde allerdings sagen, an dieser Stelle harren wir mal auch hier die Dinge, die da kommen. Schauen wir mal, ob diese Bearishness sich noch weiter fortschreibt. Desto weiter wir jetzt auf der Unterseite laufen und wir sind ausgehend von den Hochs hier markiert rund um die Non-Farm-Payrolls Roundabout um 2.000 Dollar jetzt hier schon deutlich korrigiert. Also wir sprechen von Abschlägen in der Größenordnung um die 70 Dollar. Pi mal Daumen, das scheint mir ein bisschen overdone. Also das heißt, könnte durchaus sein, dass mit einem Inflationsprint, der unter der Erwartung reinkommt und der Geldprodukt schluckere Fett denkbar werden lässt, dass wir ein relativ scharfes Reversal dann vielleicht sogar in Gold zu sehen bekommen könnten. Also Gold könnte durchaus interessant sein, auch wenn ich wie gesagt weiter weder short sein möchte, noch auch hier nicht long sein möchte vor dem Hintergrund der aktuellen Performance, die wir hier sehen. Und soweit meinerseits. Happy Trading, passt auf, ihr Stops auf. Wir hören uns wieder morgen dann am Dienstag hier zum Guten Morgen bei sehr gemeinsam mit XDB. Ich freue mich, habt euch wohl. Bis dann. Gut, tschüss. Gut, tschüss.